Ja, vielen Dank. Und dieses Winners Final ist das mit dem Reifen und diese Turnerin, beziehungsweise Gymnastin, so heißt es ja richtig, die kennen Sie schon, Jana Bartyschner aus Russland. Dreimal stand sie bislang im Winners Final. Einmal hat sie gewonnen. Mal sehen, was sie hier macht. Sie präsentiert alle Stilarten der Musik, nachdem sie mit dem Seil Folklore gezeigt hat und mit dem Band, die Gypsy Kings interpretiert hat, nun mit dem Reifen Techno. Die ist also auch ein deutlicher akustischer Wandel. Sie wird erwachsen, eine junge Frau, und bringt natürlich allein durch die Musik und die Interpretation derselben ein neues, originelles Element mit ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit Schwierigkeiten nur so gespickt, die Vorturung der Jana Bartyschner. Alles da drin. Die Ausgangsnote natürlich klar. 5,0 sowohl in der A1 als auch in der A2-Note. Im Wettkampf selber, der besten Acht, hat sie 19,850 Punkte erzielen können. Ihre Spezialität ist das Kreisen umzusetzen. 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 Umzusetzen.